Die Aufregung steigt, noch eine Woche bis zur großen Eröffnungsparty der European Maccabi Games in der Waldbühne. Am 28. Juni startet es übrigens 20.20 Uhr und da warten einige Highlights, unter anderem Adel Tawil oder die ehemalige Eurovision Song Contest-Siegerin Dana International. Moderiert wird die ganze Sause von Palina Rowjinski, doch damit nicht genug, denn hört, hört, ihr könnt mit etwas Glück zwei Tickets für diese Party gewinnen. Alles, was ihr dafür tun müsst, Facebook klicken, Status teilen und kommentieren. Viel Glück!